Ich habe doch hier irgendwo von Totenwissenschaftler gesehen. Vielleicht muss ich dem noch was wegnehmen. Oder einem der Soldaten. Nipp. Nipp. Okay. Muss ich wirklich zurückgehen? Ich wette ich habe irgendwas im Raum übersehen, aber naja. Oder hier in irgendeiner Seitengasse. Das ist viel zu dunkel, da will ich nicht hin. Da ist der Tresor. Okay, das ist jetzt merkwürdig. So, okay. Da ist der Wissenschaftler, aber ne, der hat nichts. Dann habe ich was im Raum übersehen. Mal schauen. Na, was liegt denn hier noch? Munition. Gut. Gut. Vielleicht noch irgendwas in der Ecke. Nein. So blind sind doch wieder nicht. Aber ein bisschen, denn hier irgendwo muss noch irgendein... Nein, dabei schauen. Muss noch irgendetwas herumliegen. Mal hier an die Tür gehen. Irgendwürgen zu sehen. Nein. Vielleicht liegt auf einem... Auf dem Tisch. Vielleicht. Oder hier in der Ecke. Nein. Es ist nicht so ein Spiel, wo die unmöglichen Sachen einfach hinter irgendeiner Ecke liegen. So. Ne, das geht auf das Ding. Hm, hm, hm. Was war das? Access, Access. Ah, das ging an die Tür. Ah, hier ist noch eine Nebentür. Okay. Dann ist ja gut. Dann muss ich mir erst, äh, die neue Karte verdienen anscheinend. Yay. Oh, stirb doch. Das ist doch un... Oh. Oh. Oh, stirb doch. Warum bist du? Na, endlich. Oh. 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 Du siehst nicht so hart. Geh es einfach. Okay, die auch gerade so mit Hängen und Würgen. Ein Kampf um das Zahnfleisch. Tooth and Nail. Ich hoffe einfach mal, dass hier irgendwo was zu beißen rumliegt. Ja! Schließlich ein Lagerhaus. Muss es auch was zu fressen geben. Wenn es nur von den hungrigen Lagerarbeitern ist, die hier... Die hier, hier Kipplader fahren. Ähm, Quatsch. Hochblah, äh, Gabelstapler. Der Gabelstaplet. Ich muss beim Ryo Hazuki von... Von Shemu denken. Der fährt hier herum. Stapelt. Tillern Warriors. Burgers. Und Burger. Oh, nö. Oh, ich... Nein. Leider darf man nicht die Blocken-Taste vordrücken. Das wäre natürlich nochmal das Coolste. Und... Da hole ich schon mal die Knarre raus. Besser ist besser. Besser ist besser. Sicher ist sicher. Ist auch nicht besser. Das ist alles Tozologie. Ah, unser Fortsblock. Dann hocke ich nicht zwei gegenüber, sondern nur noch einen. Na, schieß auf mich. Schieß auf mich. I dare you, motherfucker. So, mit der richtigen Technik funktioniert das auch einwandfrei. Wo bist du? Da bist du. Okay. Dich kriege ich. Gut. Und das Ganze ohne einen Arsch voll Leben zu verlieren. Okay, 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 okay. Okay. Erstmal in Sicherheit bringen. Und wo bist du? Da hab ich dich gesehen. Dachte ich. Ähm, nö, 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 nö. Gut. Hä? Ist er weg, oder was? Von... Hä? Bin ich blind? Au! Gibt's noch nicht. Wo sind die Stinker? Sind die hochgelaufen? Na, da ist zumindest einer. Okay. Da hinten ist der andere. Schieß auf meine Freundin. Was fällt ihm an? Oh, shit. Ähm, gut. Gut. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Äh... Und am besten deaktivieren. Gut. Ah! Du Stinker. Dich prügel ich tot. Gut. Stop. Was? Die haben noch nicht genug. Kriegen noch. Zack. Und nochmal ein bisschen looten. Die Ressourcen sind knapp. Bester Gauderriegel. Hm. Keine geheimen Verstecke. Neb. Hier nochmal irgendwie rausspringen. Neb. Hopp, hopp, hopp. Und da ist das sammelbare Secret. Nein. Aber Granaten gibt es hier. Granaten. Die kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn ich das nächste Mal beim Einschalten wieder vergessen habe, wo die Sprung und wo die Granatenwerftaste ist. Wer springt schon auf RB? Ja. Was denn? Ist alles gut? Er hat so saubere Fingernägel. Okay. 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 Brauche ich? Ich brauche nicht wirklich. Aber... Ja, vielleicht kann man da zwei Münzen reinstecken. Soll erstmal eine Dose kaufen. Außerdem muss die Spezialenergie ja aufgeladen werden. Was auch immer das sein soll. Oh nein. Oh nein. Ach die Viecher. Oh nein. Ach die Viecher. Das brauche ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch keine Level 2 Karte. Wo ist die da? Aha. Gut. Perfetto. Was ist das? Oh nein. Okay. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay. Steig. Wie demande ich was schaugenden Inst personellen. Okay. Du bist nicht so gut. Und dann muss ich miche ran lendelle. Are you sure? Zu mir will? Use your Superimulus. Versuch uns und dir vergessen. ich worry future councilmen. Also wo warte was es jetzt institutionsiert. Untertitelung des ZDF, 2020